Oh Gott, ich krieg Schaden! Oh Gott, Cironic, ich krieg Schaden und ich sterbe auch. So, und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge vom Team Battle und ich habe hier gerade in der letzten Folge Smart gefunden. Und dann geht es auch weiter. Das bringt uns zwar nichts, aber es ist das erste Mal, dass ich den Minecraft Smart gefunden habe, auf natürliche Weise. Cironic ist gerade am verzweifeln, dass er keine Kühe hat. Immer noch. Cironic? Ja, er schreibt gerade, er will gerade mit den anderen versuchen zu tauschen. Ob sie das machen, wir werden es sehen. Ey, wenn die jetzt sagen, ja wir haben die gefunden, wenn die lügen, ich, 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 ich reiß den Kopf auf, oh Scheiß. Wenn die mich jetzt hier verarschen, ah, Spinner, will ich nicht. Nein, Hundi, nicht. Spinner kämpfen. Oder Hund. Wie, wieso hat es keine Kühe, Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum keine Kühe da sind, aber ich... Scheiße, ich rass noch aus hier. Kommen wir zu dir. Ohne Kühe. Okay. Vielleicht finden wir eine Basis und einen Versauberungstisch. Ja, schon, aber es ist mir verdammt schwer. Meine Freundin ist auch gerade als Besucherin dabei. Sie sind jetzt richtig schwer halt. Oh, ich hab noch einen Smart gefunden. Ich hab mir in meinem Leben noch nichts nachgefunden, jetzt zwei mal auf einmal. Aber es bringt uns leider nichts. Was wir hier gerade machen, wir sind im Team Battle. Wir sind in der dritten oder vierten Aufnahme. Dritten oder vierten Folge. Nee, kein Team Battle. Nee, wie heißt das denn nochmal? Let's Battle Staffel 3. Battle Staffel. Sobald ihr in Staffel 1 halt. Und wir sammeln uns gerade unser Zubehör. Und wir brauchen jetzt nur noch ein Leder für so einen Versauberungstisch. Aber das findet der jetzt aber nicht. Das heißt, der müsste eine Kuh finden, die findet der aber nicht. Ich rass gleich raus, ey. Und jetzt, ich rass gleich aus. Ich rass gleich aus. Ähm. Ich muss es nicht sagen. Hier ist voll die... Was ist hier los? Hier ist so voll die komische Treppe gebaut und so. Oh, oh, oh. War hier jemand? Wo bist du? Wo bist du? Äh, Koordinaten 270 und äh... Ich bin auch wieder in der Hülle, ne? Ja. Ach. Hä? Ein Minenschacht. Hast du einen Minenschacht gefunden? Ich weiß nicht, ob ich hinter... Hier ist ein Loch in dieser Glaskuppel oder so. Ich weiß nicht. Warte kurz. Komm mal wieder aufs den Ofen, bitte. Ich komme. Wie viele Eisen hast du? Ähm. Oh Gott, ich komme zurück. Da sind, glaube ich, die Höhlen spinnen. Moment kurz. Das hier ist die vierte Aufnahme, oder? Oder? Oh Gott, die Höhlen spinnen, komm. Ja, äh, das ist, glaube ich, die vierte. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Äh, wir nehmen jetzt gerade schon 60 Minuten auf. Es müsste die vierte sein. Okay. Ich habe jetzt alles Rissung aus für den Helm. Ich habe noch einen Eisen für den Helm, aber... Sironic, ich habe kein Essen, weil ich kann nicht mehr sprinten. Du musst mir jetzt irgendwie ein bisschen den Weg weisen oder so. Sag mal bitte genau die Koordinaten, wo die gerade unsere Höhle ist. Äh, okay. Moment. Unsere Öfen sind... bei... x300 300, ja. y43 Okay, ja, ich gehe in die richtige Richtung. Und z648. Okay. 348. Müsste irgendwo hier sein. Ey, wir müssen direkt ein Team töten und den irgendwie Leder abnehmen, falls wir das haben oder so. Oh, scheiße. Es ist nichts, habe mich hier immer so aufgeregt in den Battle, wie dass ich jetzt keine Kühe finde. Keine Niederlage, nichts. Habe ich gerade durch eine Wand gegraben, like a genius. Komm, ich hätte sonst noch mehr Eisen abgebaut, aber ich soll ja zu dir zurückkommen erst mal. Ah, das ist ein Zombie, aber kein Creeper, okay. Moment, kurz, auch mein Schwer ist kaputt. Okay. Ich schaue kurz nach, ähm... Oh Gott, ich kriege Schaden. Oh Gott, Sironik. Ich kriege Schaden und ich sterbe auch verrottetes Fleisch, ich esse einfach verrottetes Fleisch, okay? Du stirbst nicht, Tima, aber ich nehme so Angst, ey. Ich bin jetzt schon geladen, jetzt machst du mir doch so Angst damit. Boah, ich esse einfach was verrottete Fleisch. Ich glaube, ich sehe dich. Ich sehe dich. Bist du meinen Namen? Nö. Unterhalb von dir, Unterhalb von dir. Unterhalb von dir. Unterhalb von dir. Unterhalb von dir. Unterhalb, soll ich runtergraben? Nicht gerade, nicht gerade, okay? Ich grabe durch eine Wand durch, damit ich bei 300 und 80 Siehst du mich nicht? Schau auf meinen Namen unter dir Hä? Ich seh dich etwas schräg unterhalb von dir Ne, ich seh dich leider gar nicht Doch, David, ne, doch, das ist dein Name Bist du bei den Öfen? Nein, ist das weiter weg Bau dich zu mir, okay? Ich baue dich zu ihm, ich baue mich zu dir Letzte Folge, Mann, wir sind jetzt schnell Runterraben, grab dich runter Wie runter? Na egal Hier, warte, ich bin noch dabei Ne, warte, stopp, stopp, nicht bewegen, nicht bewegen Ja Ja, ich bin frei So, jetzt sag mir schnell, wo die Öfen sind Ich habe alles an Material und Was findest du? Die sind oben links halt Ja, äh, sag mir wo lang? Ja, da rauf, muss da rauf Die Schlucht rauf Mach du direkt erstmal uns beiden eine Eisenrüstung, okay? Okay Hast du noch gar nichts an Rüstung? Das ist ja doch Ich habe noch Rüstung Abgesehen vom Helm Hast du keine Dias gefunden? Ne, nichts Okay Hoffen wir, dass die Gegner auch nichts gefunden haben So, ich bin endlich, endlich bin ich bei unserer Höhle Oh, ich habe schon die Panik der Hölle bekommen So Hier ist so ein krasses Wortspiel Warum? Hölle Hölle Na, ich will dein Wortspiel Du hast es ja gesagt Ja, aber dir fällt es nur auf Ja, ich bin halt, ich höre halt zu viel Hiphopen da Hält mir sowas auf So Also der Lava-Eimer brennt nicht für immer, hast du gesehen? Der geht irgendwann leer Echt jetzt? Mhm 22 Da rein Hälfte doch reichen von der Rüstung her Von der Rüstung sowieso locker, aber Die Frage ist halt, ob auch Sonst locker Guck mal hier Alles was ich habe ist da jetzt in der Kiste, damit du mal siehst was ich habe Moment Und ich brauche jetzt bitte mal Fleisch, bitte, bitte Hauptsache, wir haben irgendwie, ich weiß nicht wie viel Du hast jetzt ganz Fleisch drin getan, was hier drin war Äh, ich habe überhaupt nichts genommen Hier war ein Stack Fleisch drin Oh, ich habe das, sorry Boah, du hast mir leid, ich habe gerade gerade, die hätten es geklaut Ja, gib mir mal das halbe Stack Ein Hund Oh, ich bin so süß Hallo Roni Ach, lass dir noch wissen, wir nennen ihn Rüdiger, okay? Ist mir egal, wir haben keine Zeit, Mann Okay Sterben Du, ich, wir beide Rüdiger, Elfli Neh, mach das Schwert Ich mach dir eine Rüstung, okay? Okay Du hast noch kein Rüstungsteil, oder? Nee, nichts 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 Also Und Eisenschwister gebräuchte auch mal wieder Lose Die Schocken schaffen wir schon, aber Okay Wie viel, wie viel Creeper hast du? Wie viel Schisspulver? Null Null? Es wird nichts getroppt Null Fuck, Mann Ja Alter, wir haben keine Zeit, wir dürfen nicht drauf eingehen, Mann Ich hab gar keine Zeit mehr Okay Mein Katz, kurz Schau kurz nach, wir brauchen Sticks und Holz Okay, Sticks und Holz Schreiben sie da Ignorieren, wir haben keine Zeit Okay, ja, ja Ja, soll ich jetzt weiter Creeper, Creeper Wir brauchen unbedingt Schisspulver Nichts anderes Schisspulver Okay Ich glaube, so wie es das geht Genau, Gunstocks hab ich jetzt Tadam Tadam 1, 2, 3, 4 Schön, okay Okay, Sironik Ich hab so ein bisschen Panik, ey Ich auch Wir haben nichts Gutes wirklich Nee, wir haben nichts Gutes Also Eisenrüstung und Schwerte Aber das ist halt Nach einer Stunde ist das nichts Das ist Standard Ja, das haben alle Üb grad meinen Kampf hier Ist okay Wir haben Das ist schon mal Für 6 Waffen nicht genug Du hast immer auch kein Fleisch gegeben Ich hab eben gesagt, gib mir Fleisch Nimm was im Ofen raus Ich komm mal wieder zu dir Ich bin grad schon vorgerannt Wollt ihr es haben Hab gemerkt, dass ich schon wieder kein Fleisch dabei hab Du hast mir nur 3 gedroppt Gut So Eisen Eisen? Nein Ich glaub nicht Ich glaub nicht Moment Falls uns immer im Weg rumliegt Dann nehmen wir es trotzdem mit Oder nicht? Nein, nicht mitnehmen Okay, dann nehme ich jetzt kein Eisen mit Das ist glaub ich tatsächlich so Nein Moment Okay Okay Das ist so Genau Eins Zwei Drei Äh Vier Fünf Und es geht sogar auf Was denn? Was haben wir jetzt alles? Sechs Okay wir haben Sechs Moment Jetzt kann ich die zusammenbauen glaub ich So müsste es gehen Wir haben sechs Blunderbasse Echt? Aber keine Munition ne? Keine Munition und keine Zauberungssachen Ich hab noch eine zweite Schlucht gefunden Vielleicht haben wir diesmal Glück mit den Dias Ich mach es in der geheime Kiste Ich mach es in der geheime Kiste Ab jetzt bitte An der ersten nächsten Part Stimmt Jetzt mal ganz kurz Steine rein Steine 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 Ok wir sind doch nicht so schlecht wie ich dachte Ok Wir haben sogar noch genug Eisen Hab doch gesagt Also Eis hab ich gut gesammelt Wir haben sechs Blunderbasse man Geil Munition und Zauberungs Defensiv und Offensiv Ja in der Zeit wo du die ganze Zeit vergeblich nach einem Leder gesucht hast Hab ich gut Dingens gesammelt Die Hälfte von ist ja von mir Ich hab ja über 40 Jajajaja Jaja Nein du hast recht Ich hab Also ich mach jetzt hier eine geheime Kiste Oh ich hab ein richtig schön Höhlensystem wiedergefunden Ey guck mal Ich weiß das alles so schätzt Und ich laber auch immer gerne mit dir Aber nicht während dem Battle Wenn wir innerhalb der nächsten 10 Sekunden sterben könnten Nach der Aufnahme Weil wir einfach keine Munition haben Nein ich mein Ich werd geschlagen von irgendwas Oh ich werd grad fast gestorben ne Weißt warum Wegen so einem Silberfisch oder sowas Der hat mich fast Bitte wach bin ich so angst Nein der hat mich fast die Schlucht runter geschubst Ich stand an dem Rand von der Schlucht Auf einmal kommt von hinten so ein Silberfisch Boah ich hatte grad die Panik meines Lebens Okay das ist sehr 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 emotionales Battle hier gerade Ich wollte dir nur sagen dass ihr eine schöne Höhe gefunden habt Wo wir vielleicht Diamanten kriegen Also eine zweite Schlucht Ich hab hier grad äh Ich hab hier grad äh Ne Kiste gebaut Mit unseren Sachen drin Okay Lol ich werd abgeballert von so nem scheiß Skelett So wie holen sie Moment So wie holen sie Frisst Fleisch Nein Soll ich ihn verlieben lassen Das ist ein dummer scheiß Hund Wir werden sterben Oh Armes Mikro Wer wir sterben Wir werden sterben Aber unsere Chance ist das zweite Leben halt Unsere Chance ist äh auch dass wir Dass wir sehr weit abseits von der Map sind Kann sein Ich geh mal unser Eis da rein Also unser zweites Leben wird auch gut sein Weil sie sterben sollten Falls wir Eisenüberschuss haben Mach noch bitte eine zweite Eisenspitzhacke Oder so für mich Ich hab so das Gefühl ich find jetzt Diamanten Und dann hab ich so das Gefühl wir rocken das alles Okay Ich bin sehr gespannt was die anderen so rocken Ja deswegen kann man sich auch alle Folgen angucken Ja das wäre krass Ach moll Geht sich Kohle Dann können wir auch kurz rein geben Ich sterbe gleich hier für Anspannung Wenig Holz noch und Gold und Ne Ach schade Ach schade Ach Ach Ne es ist es Lapislazuli Schade Ich dachte es wäre Diamant Zuerst Machen wir uns jetzt noch kurz äh Eisen hacken Gold brauchen wir gar nicht Hast du ein Eisenschwert eigentlich? Ja ich hab ein Eisenschwert Gold brauchen wir gar nicht für irgendwas Dann lasse ich es auch links liegen Ne Ich bin in der Schlucht auf Höhe 16 Ich brauche die Öfen und Kisten alles ab Okay Boah alles ab und Ich bin der Schlucht auf Höhe 16 Das heißt es ist wirklich eine gute Chance Diamanten zu kriegen Und ein Creeper Oh oh Mit der Sprint Attacke Ja und er hat Schießpulver gedroppt 2 Schwarzpulver 2 Schwarzpulver 2 Schwarzpulver hat er gedroppt Okay geil geil wir haben noch eine Chance Okay bis zum nächsten Mal Leute Gut Noch einen schönen Tag Und wir werden sehr freuen Und zum nächsten Mal BVP an Bis dann Ja bis zur nächsten Folge Ciao